Der B*** lebt an dem Nordpol, bringt auch gerne Geschenke für die Kinder, das ist anstrengend. Und der hat ein heißen Bart und hat einen roten Mandel an und hat einen Sank auf der Schulter und noch eine Kutsche mit Rentieren dran, zum Beispiel sechs oder zehn. Zehn, kann auch zehn sein. Und er hat einen langen Bart und er hat eine rote Mütze und er hat einen Beutel auf den Schultern, da sind die Geschenke drin. Der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann.